RTW, RTW, Notarzt, wir haben einen Notarzt frei. Hört das auch irgendwann mal wieder auf? Ich glaube nicht. Ja, ich habe keinen KTW. Und ein RTW kann nur mit Blaulicht kommen, weil ich keine Zeit habe, auf den zu warten. Okay, ja, da müssen natürlich mehrere Verletzte mal wieder sein. Polizei, RTW und wir haben einen Notarzt. Verstanden. Haben wir da einen Notarzt? Nein. Da war, glaube ich, noch einer. Ja. Noch einer da. Ja. Okay. Verstanden. Entgegennehmen. Äh, ja. Nein, ich... Ach, Meno. Ja, genau. Ich hätte mich so gefreut, wenn mal wieder was passiert wäre. Äh, noch irgendwelche Einnahmen? Nein, okay, ist mir egal. Äh, die brauchen also nichts mehr und die brauchen anscheinend auch nichts mehr. Da ist wieder jemand frei. Ist das ein Notarzt? Das ist ja schön. Da ist jemand unterwegs. Ich, äh, weiß nicht. Ich glaube, ich höre gleich auf. Na, wenn die Welt unter... Ich kann da niemanden... Also... Äh... Ja... Ich höre gleich auf. Das ist mir jetzt zu viel. Dann sollen die Kollegen weitermachen. Ich... Äh... Ja, klar. Ist kein Problem. Noch vier Notärzte. Eins, zwei... Drei... Drei... Und... Vier... Was brauchst du noch? Bestimmt auch noch einen Notarzt, ne? Acht Patienten. Eins, zwei... Drei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Erstaunlich, dass wir so viele RTWs haben. Ja, dann kommt da jetzt jemand hin. und da äh, nein, das ich kann keine Nummern ausgeben ich hab keine im Kopf Sammler wählerisch ich hab keine Ahnung, was das alles bedeutet ich bin immer noch überfordert und es hört alles nicht auf es geht immer weiter ja Feuerwehr so mehrere Leute draußen verstanden Notarzt achso unterwegs, gut ja, das sieht hier sehr schön bunt aus so ist das bestimmt jeden Tag in Berlin ne also wenn irgendwann mal so viel los ist ich weiß nicht wie das dann aussehen würde ja ich schaff das nicht das ist einfach viel zu viel und ja noch ist glaube ich niemand gestorben, oder? ja wir haben sehr viele RTWs ja, aufgenommen wirklich habe ich jetzt alles abgearbeitet Polizei verstanden so, dann kann ich mir ja ok 6 Patienten 1, 2, 3, 4 ich brauche noch zwei RTWs da ich brauche noch zwei RTWs da ja jetzt haben wir keine RTWs mehr ist ja ganz toll gut gut ja jetzt äh bald ist vorbei glaube ich also nicht nur weil ich aufhöre sondern weil wir dann gar keine Einheiten mehr haben und ok noch ein RTW da verstanden neuer Notruf ja neuer Sprichwunsch was weiterleiten an die Polizei äh Brandschutzpolice der will bestimmt mit der Police reden ne was och ne wieso geht das denn immer weg na gut hab ich wieder einen nö hab ich irgendwo noch einen frei RTH ja äh ok ich denke mal da ist ein Notarzt erforderlich dann alarmiere ich mal wieder einen aus äh von irgendwo anders so ja was ist denn ja aufgenommen gut äh äh Bauchschmerzen Notfall wir haben zum Glück noch einen RTW frei natürlich also niemals die Geschwindigkeit erhöhen dann ist ja äh von der Leiter gefallen Nachbarin was ist erschrecklich hier was ok ähm ja oh man ich will aber Notarzt gleich habe ich keinen mehr und dann war es das so jetzt habe ich insgesamt glaube ich nur noch zwei Notärzte und dann war es das ok Hilfeleistung Notarzt ja wir haben keinen Notarzt ok ok dann kommt da keiner hin sondern nur auf Anforderung aber ich komme mit den Anforderungen nicht mehr hinterher ja äh äh was ja gut ich habe ich habe nichts ich kann nicht äh tut mir leid aber ja ok ich brauche Blaulicht weil keine Zeit und so ja schon wieder mehrere Verletzte war ja klar aufgenommen ok notarzt mal gucken haben wir noch einen da ja hier ist noch einer verstanden notarzt notarzt das ist glaube ich der letzte soll das war es dann ende noch irgendwas noch irgendwas hier braucht noch jemand notarzt gut haben wir jetzt zufällig ein frei nicht verfügbar ha was wollte ich schon immer mal sagen na gut na gut ich leite das mal an die Polizei weiter so mal ganz kurze Pause weiter geht's weiter geht's äh ja ok ich habe keinen notarzt frei so ja wir haben wieder notärzte frei ok ok Hilfeleistung notarzt wir haben einen notarzt das ist so schön wir haben glaube ich noch einen notarzt ja warten und drei not l ja also wir haben nur einen notarzt dann kommt noch eins zwei eins zwei drei vier fünf sechs ja ist gut so was noch ja ich muss dann immer warten ich warte ja war ja klar was zwei notärzte nicht da zwei kart drei kart also eins zwei drei vier einen brauche ich noch einen brauche ich noch ich arbeite das hier jetzt mal ab und dann kommen die notrufe dran aber ich höre jetzt gleich auch auf weil das ist das ist nicht mehr schaffbar ja das ist ist halt so ne jetzt sind zum glück wieder ein paar frei ok 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 Äh, was? BMA? BMA? Alles klar. So, und so, das noch. Erstmal einen, ja genau. Erstmal einen Kaffee, ne? Falls wir einen Notarzt haben. Tatsächlich. Na gut. Okay. Ja, das haben wir abgearbeitet. Und hier? Ja, ich höre dann jetzt auch mal auf, ne? Ich mache mal Schicht beenden und arbeite dann alles ab. So, jetzt muss ich einfach nur noch alles abarbeiten. Es kommen keine neuen Notfälle. Äh, ja toll. Mal wieder. Das ist der, oder? Äh, 44.1. Ja. Ja. Notarzt. Verstanden. 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 Mit allem Notarzt und Polizei verstanden, haben die aber Glück, dass jetzt Notärzte frei sind. Patient an Einsatzstelle verstorben. Oha. Mega gruseliges Geräusch, weil jemand gestorben ist. Das wiederholen. Verstanden. Fünf Patienten. Ja, es ist schon wieder weg. Alles weg. Es verschwindet dauernd. Was ist da los? Statusabfragen. Na, mach mal. Na, mach mal schneller. Na, mach mal sehr viel schneller. Na los. Okay, das reicht mir jetzt. Ich, äh, beende das jetzt hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht mache ich ja nochmal irgendwann eine Folge. Ihr könnt ja mal schreiben, wo ich spielen soll. Oder ob ich das noch extremer spielen soll, oder sowas, ne? Ja, und dann, äh, tschüss und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.